Hallo und herzlich willkommen bei Delamar Sound, Music & Recording, dem Online-Magazin für Musiker und Musikproduzenten. Mein Name ist Carlos Sansegundo und heute geht es um den Arkay LPD-8 USB-MIDI-Controller mit 8 Pads und 8 Drehreglern. Der kompakte MIDI-Controller Arkay LPD-8 scheint durch seine Abmessungen wie geschafft für den Live-Act im Club oder das Musikmachen unterwegs. Wir haben uns das Gerät genauer angeschaut und verraten dir in diesem ausführlichen Testbericht alles Wissenswerte über den LPD-8 und ob sich der Kauf lohnt. Mit dem Arkay LPD-8 Laptop-Pad-Controller hat der Hersteller dieses Jahr einen überaus kompakten Controller auf den Markt gebracht, der die quasi-Monopolstellung der Nano-Serie von Mitbewerber Korg ins Wanken bringen soll. Der einfache Anschluss über USB, der keine Treiberinstallation benötigt und die kompakten Abmessungen des Geräts werden vor allem Musiker, DJs und Produzenten ansprechen, die unterwegs am Laptop nicht auf Controller verzichten wollen, aber in ihrer Laptoptasche keinen Platz für ein ausgewachsenes Modell haben. Mit einem Preis von unter 50 Euro fällt der Arkay LPD-8 sicherlich in die Kategorie Impulskauf und genau deswegen haben wir diesen Controller für dich hier im Denama-Testbericht durchleuchtet. Wenn ich mir den Arkay LPD-8 anschaue, dann fallen mir vor allem die acht anschlagsdynamischen Pads im MPC-Style ins Auge. Diese sind in zwei Reihen zu je vier Pads angeordnet und sollen das Feeling der MPC auf diesen Controller bringen. Rechts daneben befinden sich acht Drehregler, die vom Hersteller als Q-Link-Controller bezeichnet werden. Diese sind ebenfalls in zwei Reihen zu je acht Potis angeordnet. Auf der linken Seite des Arkay LPD-8 finden sich unterhalb des Logos vier Knöpfe, die mit Program, Pad, Program Change und CC betitelt sind. Diese dienen dazu, die Funktionalität der insgesamt 16 Controller-Elemente umzuschalten, aber dazu später mehr. Auf der linken Stirnseite des MIDI-Controllers hat Arkay schließlich einen Mini-USB-Anschluss untergebracht, mit dem das Gerät an den Audiocomputer angeschlossen wird. Ein zusätzlicher Anschluss für die Stromzufuhr entfällt, der Controller wird über den USB-Bus mit Strom versorgt. Das Plastikgehäuse macht einen sehr robusten Eindruck und scheint auch einem dauerhaften Einsatz in Clubs oder auf Partys gewachsen zu sein. Die Pads sind aus Gummi und wissen mit ihrer Haptik zu überzeugen. Allein die Drehregler sind etwas wackeliger als der Rest ausgeführt, können einem Einsatz live und auf der Bühne aber gelassen entgegensehen. Mit einem Gewicht von unter 500 Gramm wird der Arkay LPD-8 sicherlich keinem als lästig beim Tragen auffallen. Der Anschluss und die Installation des Arkay LPD-8 könnte nicht einfacher sein. Nach dem Anschluss des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels wird der Controller automatisch erkannt. Eine weitere Installation ist für den Betrieb am Audiocomputer nur dann notwendig, wenn der komplette Funktionsumfang des Mini-Controllers genutzt werden soll. Nach dem Anschluss wird der Controller als USB-Audio-Gerät erkannt und kann von jedem Sequencer aus angesteuert werden. Einen Nachteil hat das treiberlose Vorgehen allerdings doch. Schließt man einen zweiten Arkay LPD-8 an, so wird dieser im System als USB-Audio-Gerät 2 geführt. Wohl dem, der später noch weiß, welches namenlose Audiogerät welches ist. Übrigens gilt das nicht für den Mac, dort wird der LPD-8 als LPD-8 geführt. Auf der im Lieferumfang mitgelieferten Mini-CD findet sich schließlich das Programm Arkay LPD-8 Editor, mit dem sich die Funktionalität des Mini-Controllers personalisieren lässt. Wer wie ich lieber keine Mini-CD in sein Laufwerk stecken möchte, kann sich das Programm kostenlos auf der Webseite des Herstellers herunterladen. Die Installation selbst verläuft reibungslos. Die Pads des Akay LPD-8. Die 8 Pads im MPC-Style sind anschlagsdynamisch und beim Triggern leuchtet eine orangefarbene Hintergrundbeleuchtung wie zur Bestätigung auf. In einer Live-Situation auf der Bühne bei gedimmten Licht macht die Beleuchtung der Pads sicherlich Spaß. Vor allem dem Publikum, das die Fingerdrumming-Technik bewundern kann. Die Pads selbst sind solide gebaut und reagieren gut auf das Fingerdrumming. Ich bin zwar kein Experte für die MPC und konnte nur vereinzelt mit diesem Instrument arbeiten, aber gefühlterweise reagieren die Pads der MPC doch etwas besser auf die Anschlagsdynamik als die des Akay LPD-8. Neben dem Aussenden von MIDI-Noten können die Pads des Controllers auch für das Senden von CC-Befehlen und Program Change verwendet werden. Zusätzlich lassen sich die Pads über die Software noch wahlweise zwischen Momentary und Toggle programmieren, sodass auch Schalter mit den 8 Pads gesteuert werden können. Sehr schön. Insgesamt stehen dem Musiker vier unterschiedliche Bänke für die 8 Pads zur Verfügung, sodass diese für insgesamt 32 Befehle oder MIDI-Noten genutzt werden können. Das erscheint mir angemessen für einen Controller dieser Größe, wenn vielleicht auch nicht üppig bemessen. Die Bänke werden übrigens mit dem Knopf Program umgeschaltet. Drückt man diesen, so leuchtet das aktuell gewählte Programm zur Kontrolle auf. Umgeschaltet wird dann mit dem Druck auf eines der ersten vier Pads. Die Drehregler oder Q-Link Controller. Die 8 Drehregler des MIDI-Controller Akay LPD-8 lassen sich um etwa 270 Grad drehen, sind also nicht als Endlos-Drehregler ausgeführt. Das macht meiner Ansicht nach auch durchaus Sinn, da es ohnehin keine optische Kontrolle für die aktuelle Position gibt. Und genau das kann sich in einer Live-Situation allerdings auch nachteilig auswirken. Es kommt jetzt darauf an, ob das verwendete Notebook oder die Umgebung genug Licht abwirft, um die Drehregler bzw. deren Positionen zu sehen. Aufgrund der kompakten Ausmaße des Akay LPD-8 sind die Knöpfe recht klein ausgefallen und relativ nah beieinander angeordnet. Ich selbst hatte eigentlich keine Probleme damit, aber ich kann mir vorstellen, dass das für Menschen mit großen Händen zum Problem wird. Für die Drehregler selbst stehen dieselben vier Bänke wie bei den Pads zur Verfügung, um die gesendeten CC-Daten zu verändern. Zusätzlich lässt sich je Drehregler ein minimaler und maximaler MIDI-Wert festlegen. Der Akay LPD-8-Editor Die mitgelieferte Software dient dazu, den MIDI-Controller nach eigenem Gusto zu personalisieren. Es können vier Bänke zu je acht Pads und acht Drehregler konfiguriert werden. Für jede Bank kann zudem ein eigener MIDI-Kanal zugewiesen werden. Die mit dem Editor erstellten Presets werden auf der Festplatte gespeichert und später von dieser wieder geladen. Weiterhin finden sich Bedienelemente, um Presets auf den Akay LPD-8 zu übertragen bzw. dort vorhandene Presets in das Programm zu laden. Der Editor ist im Grunde genommen selbsterklärend und funktioniert nach der Festlegung des MIDI-Ports einwandfrei. Die Übersicht. Pro. Preis. Gute Kombination Pads und Drehregler. Contra. Die Drehregler könnten etwas größer sein und mehr Platz haben. Das Fazit. Der aktuelle Straßpreis des Akay LPD-8 liegt bei 49 Euro und damit unterhalb der von mir als No-Brainer bezeichneten Schmerzgrenze von 50 Euro. Der Controller ist sein Geld absolut wert. Er ist robust gebaut und passt in jede Laptop-Tasche ohne viel Gewicht hinzuzufügen. Die Kombination aus Pads und Drehreglern machen den Akay LPD-8 besonders für Live-Performances und für das Musikmachen unterwegs attraktiv. Natürlich kann dieser MIDI-Controller ein ausgewachsenes Gerät im Tonstudio nicht ersetzen. Aber selbst in diesem Fall könnte man ihn zum schnellen Einspielen von Drums oder als Fernsteuerung für den Transport und das Monitoring-System gut einsetzen. Soweit der Akay LPD-8-Testbericht. Auf www.delamar.de findest du weitere Testberichte, News, Artikel, Videos und Tutorials. Schau vorbei, es lohnt sich. Mein Name ist Carlos Sansegundo und wir sehen uns gleich auf Delamar. Tschüss!